Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ich habe mir jetzt einen Arzt markiert, weil wir jetzt gleich mal ein bisschen Gift holen werden, um dann weiter hier die Wachen zu ärgern. So, jetzt teilen? Ne, wollen wir ja gar nicht. Ich will Gift. Fünf Fläschchen müssen wir verbrauchen und dann geht's weiter. Dann haben wir neun. Von dieser Mission. Fertig. Eins. Aha. Gut so. Oh. Müssen wir anders eliminieren. So. Das haben wir ja gelernt. Der dreht hier gerade durch. So, was kommt denn hier? Kommt ihr noch gerettet? Oh, hab ich dich runtergezogen? So. Bisschen Gift für dich. Braucht man ja nicht zugucken. Es reicht ja, wenn wir die vergiften. Wir rennen mal einfach ein bisschen in die Stadt rein, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man so ein paar Wachen da in der Treffen größer und auch, dass irgendwo ein Arzt in der Nähe ist, der uns Gift verkaufen kann. Und der Hammer ist schon wieder ne Gruppe. Oh, der will. Oh, der will. Na komm. Ahaha. Rottel. Hat dein Kollege dich einfach angegriffen. So ein Kameradenschwein. So, hier sind wieder welche. Hey. Warum zieht er die Waffe denn nicht? Tu doch was, Ezio. Eigentlich müsste man hier klein noch die mit den Blitzattacken machen. Die Herausforderung auch, naja. Da braucht man immer fünf Wachen dann. Finden wir vielleicht auch nie überall. Oh, die sind leichtes Futter für mich. Gut so. Ach, verdammt. Das ist jetzt leider nie so gelaufen, wie ich es mir erwünscht hatte. Ich hoffe, der hat trotzdem als vergiftet gezählt. So, haben wir den nächsten Arzt hier. Hier drüben. Da hinten. Gut, okay. Gehen wir nochmal zurück zum Onkel Doktor. Ich glaube, den müssen wir erst noch freikaufen. Aber ist ja jetzt nicht das Problem. Wir haben ja Geld. Dann nochmal fünf Gift und dann müssten wir hoffentlich neun Gildenherausforderungen absolviert haben und dann fehlt bloß noch eine. Die werden wir dann mal gucken, was die Dieben noch so schönes im Angebot haben. Ich hoffe, da ist noch was Gutes für uns dabei. Was leichtes, was schnell geht. Ansonsten müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir da irgendwo noch was zusammenkriegen. Doktore. Ach, 730. Ach ja. Das ist ja jetzt niedlich hier. Und unser Einkommen... Oh, Einkommen ist gestiegen. Und wie wir sehen, sieht es mit unserem Leben schlecht aus. Deswegen machen wir mal den hier. Kurven mal klein und ein bisschen Medizin mit. Gehen mal aufgefüllt. Geht übrigens mit... Wenn man das Ains ausgewählt hat, mit Viereck. Dann füllt es alles automatisch auf. So. Das ist es. Geh' zurück. Giftvoll, immer. Hier ist es. Da gehen wir nochmal zurück. Es wird abends... Das ist ein gutes Zeichen. Was leider noch ein schlechtes Zeichen ist, ist, dass ich immer noch niemanden gefunden habe, der hier mal putzen will. Oder fegen, besser gesagt. Das ist ein Zeichen an mich. Soll nicht sein. Aber wir haben ja noch Zeit. Wie gesagt. Das ziehen wir durch. Bis zum Ende. Oh, sehr schön. Die gefunden es fressen. Nummer eins. Nummer zwei. Die werden jetzt schön dahin sterben. Und weiter geht's. Hallo, mein Freund. Hast du die Feuerwehr gerufen? Oh. Hey. Warum zieht er nie die Waffe? Ich verstehe es nicht. Das wird interessant. Aua. Das wird doch nicht interessant. Der da hinten stirbt ein bisschen. Ah ja. Gut, ich ziehe die Waffe. Das geht besser. Ah, was soll denn das? Attackieren zu zweit. Schweinerei. Hä? Der hier noch. Machst du ein Du. So. So einfach geht das. Guck mal, da haben wir hier ihn. Der rennt. Wollen wir den mal fangen? Komm, 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 komm. Komm her. Komm. Uhu. So. Spür meine Klinge. So, hier. Den Steckbrief noch abgruppen. Äh, Wurfmesser. Ich habe auch eine Frage, die du mir nie beantwortet hast. Alles in Ordnung. Keiner wurde verletzt. Warte. Ja, ist ja gut. Warum geht denn das nicht? Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. So. Da hast du das Gift. Und es reicht noch nicht. Nein. Wie jetzt? Der ist vergiftet und die laufen einfach weiter. Das sind Kameradenschweine. Mal ganz ehrlich. So. Gehen wir mal hier zum Doktor. Müssen wir wahrscheinlich auch erst frei kaufen. Aber naja gut. Aua. Wache, der hat mich getroffen. Er hat mich verletzt. So. Oh, oh, oh. Die wären jetzt genau richtig. Doktor. Renovieren wir mal schnell. Einen brauchen wir noch, denke ich. Und dann haben wir das erst mal so weit erledigt, dass wir neuen Herausforderungen absolviert haben. So. Wo waren die? Hier. Oh, genau. Ist hier rechts. Aha, guck mal. Lauft mir in die Arme, meine Freunde. Finde ich sehr gut für euch. Hm? Was ist denn da los? Nee, Kurtisanten waren es. 11 von 5... Ach, hä? Naja. 11 von 15 waren äh... vergiftet. Guck mal, die gehen schön mit. Sieht alles gut aus. Wo haben wir diese Reiter hier? Noch einer? Ach, das haben die gemerkt. Schade. Och, alle tot. Tanze, mein Freund, tanze. Okay. Gut. Damit hat sich das erledigt. Ähm, hier oben. Gucken wir mal. Gucken wir hier nochmal, was wir da so schönes haben. Ah, perfekt. Ey, da muss ja dahin gerichtet werden. Und jetzt wird er auch. Ups. Ich habe mir da noch Geld geklaut. Das wollte ich eigentlich gar nie. Du auch noch? Ach, das hat er gesehen, Mist. Ah, die anderen drehen gerade durch. Das ist gut. Ena ist tot. Oh, ich bin mir da. Ich habe mir da. Ich habe mir mal gedreht. Wir haben wieder kein Gift. Mist. Achso, geht ja. Ah, okay. Macht Sinn. Ich kann es nicht auswählen, weil wir kein Kind mehr haben. So. Der ist auch Geschichte. Ah, wir haben es geschafft. Damit haben wir einen neuen Gilden-Herausforderung. Ähm, ja, schauen wir mal, was die nächste wäre. Gucken wir mal bei den Dieben noch, was die so Schönes haben. Ach, Taschendiebstähle. Das können wir machen. Das ist jetzt nie so, nie so, äh, schwer. Gut, das würde, dann würde ich dann sagen, machen wir das, machen wir noch, machen wir das in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns da dann wieder. Morgen müsste die rein theoretisch dann kommen. Also, bis dahin. Tschüss. 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 Eszio Auditor, brave of you to stand alone against me, but also quite foolish, assassin. Thank you.